Es ist alles total sinnlos. Letztendlich müssen wir alle sterben. Die Wohnungstür war von innen abgeschlossen und deshalb war es höchstwahrscheinlich ein Suizid. Sie hat vergangene Nacht mit jemandem telefoniert. Hilf mir bitte. Er hat dieselbe Person angerufen wie die Frau, die wir aufgeschlitzt gefunden haben. Das erfordert außergewöhnliche Maßnahmen, fürchte ich. Ich will hier nicht sein. Jetzt ist Zeit zum Spielen. Oh, meine Frau! Ich habe dich gespürt. Hilf mir bitte! Hilf mir bitte!